Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem Hypixel Skyblock Quick Guide zum Thema Cobblestone Farmen Für zum Beispiel den Super Compactor 3000 oder die Cobblestone Collection Dafür habe ich hier einen kleinen Cobblestone Generator gebaut, der mit 10 Minions läuft Der Trick dabei ist, dass die Minions sich einen Schritt sparen und nur noch den Cobblestone abbauen So bekommt man doppelt so schnell Cobblestone als Son Das Design stammt nicht von mir Zum Original Video geht es hier oben rechts oder im ersten Link in der Videobeschreibung So, kommen wir nun zum Aufbau Wenn ihr genauso wie ich 10 Minions benutzen wollt, braucht ihr eine Grundfläche wie hier zu sehen von 11 x 12 In der ihr auf beiden Seiten 2 Cobblestone Generatoren baut, sodass auf beiden Seiten 5 Cobblestone gleichzeitig produziert werden können Nun setzt ihr die Minions auf, den zweiten Block diagonal zum Cobblestone Das wäre hier einmal der für diesen Cobblestone Heißt, da platzieren wir schon mal den ersten hin So, der kann jetzt nur noch diesen abbauen und auch wirklich nur abbauen Er kann hier im Wasser nichts platzieren Er kann, wenn er mal was machen würde Ja, okay schon, ist ein Perfekt, würdest du Er kann den jetzt nur noch abbauen und schon wird hier ein neuer produziert und er spart sich das aufbauen Und am besten läuft es halt mit 10 Stück Und das ist, finde ich, das Höchstmaß und das Niedrigste, was am besten geht Natürlich könnt ihr das auch mit anderen Kombinationen machen In Bezug auf kleiner bauen oder noch größer bauen So, nun jetzt noch ein paar Tipps Level die Minions, wie schon gesagt, nur bis maximal Level 5 Da jedes weitere Level zu teuer wird Und es halt gleich bleibt, mehr oder weniger, was die Sekundenzahl angeht Legt Fuel ein, damit geht es dann noch schneller Am besten wäre da halt durchschnittlich die Charcoal Wer schadet Charcoal, reicht völlig Wer es aber schon freigeschaltet hat und auch gebaut hat Kann auch den Schadende Lava Bucket benutzen oder Solar Panel Hier rechts im Video eingeblendet, seht ihr ja, wie lange man braucht Für zum Beispiel einen Super Compactor 3000 zu bekommen So, mit Fuel geht es dann relativ schnell, dass man fast schon zwei Super Compactor an einen Tag bekommt Wenn man die Minions zeitnah entleert Und noch eine weitere Info am Rande der Copper Zone Generator So, wie er jetzt hier steht, funktioniert nur, wenn ihr online seid Also, wenn die Chance, wo er drin steht, geladen sind Wenn ihr jetzt nicht online seid, wenn ihr jetzt woanders seid oder 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 Funktionieren die Minions wie normale Minions Sprich, die sind halt nicht geladen, die produzieren einfach im Inventar alleine Das ist aber nicht schlimm, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel noch irgendwo einen AFK Spot macht Wovon ich euch aber abraten würde Dann können die auch durchlaufen Aber wenn ihr so wie ich jetzt hier nebenbei noch eine Insel baut Dann funktioniert das 1A und ihr bekommt in ein paar Stunden euren Super Compactor 3000 zusammen Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst gerne eine Bewertung da Würde ich mich sehr drüber freuen Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll Könnt euch ein Abo oder lasst es bleiben Bis zum nächsten Mal